Herzlich Willkommen euren Freunde zu einer neuen Runde Animal Crossing New Horizons. Ich habe was ganz ganz tolles gefangen gestern. Und zwar endlich. Endlich, endlich. Ich wollte Hörnchen gestern holen, aber ging nicht. Ich glaube man kann erst heute die Leute holen. Das hier. Guck mal hier. Oh mein Gott, da laufe ich. Mensch, was laufe ich? Woher? Oh, eine Libelle. Und die sieht anders aus. Ah, was ein Kampf. Was ein Kampf. Oh mein Gott. Was ein spannender Fight. Zwischen Moritz, der nichts kann. Und der Libelle, die fliegen kann. Und da habe ich sie endlich. Da habe ich sie endlich. Oh. Okay. Ich dachte den Text hat die auch noch mit aufgenommen. Habe ich leider nicht. Okay. Ja Leute. Die Libelle haben wir jetzt. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich habe nebenbei noch Discord offen. Denn wir brauchen ja noch Dings, die Bumsi, ne? Ja, richtig. So, wir gucken mal eben die Rügenpreise an. Kann ich das auch mal eben notieren? Oh Leute, ich habe gestern was gemacht. Warte, erzähle ich euch gleich sofort. Ich habe jetzt noch mal einen Preis. So. 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 ich habe gestern meinen ganzen tee verschüttet über meinen ganzen arbeitsplatz hier das fand ich nicht ganz so cool und die ist aber cool 31.000 jahr die wünschen später kaufen ja alles war nass ich hab ich noch nicht getraut meine maus zu benutzen das ist so eine art laser maus ja das wirklich alles komplett nass geworden alles alles ganze karl diese ganzen usb stecker waren nass ich hoffe dass alles noch funktioniert es war nicht ganz so cool das war echt nicht so cool so wie geht es dann mal eben das hier eigentlich habe ich ja mein ziel für heute schon wieder geschafft hier und zwar diesen quell junger da zu fangen deswegen wäre der part heute noch nicht ganz so lange ich muss auch heute aufräumen meine mutter kommt morgen zu besuch ja genau und ich muss ja noch ein bewohner finden den habe ich schon was habe ich denn im inventar in die alles nur schrott nur schrott da oben ist noch ein fossil das hören wir uns mal eben da gucken wir kurz gleich bei emily vorbei müsste jetzt raus sein da hinten war das was hier die hinten war das was hier die hinten war das was hier wenn wir schon mal hier sind ich weiß es nicht upload aber irgendwie kam ich jetzt eigentlich zu upload das weiter zu schauen und immer um 0 uhr gucke ich noch eine folge lucifer ja das ist momentan so mein abend ritual und gestern wurde ich angegriffen von dem maikäfer der hat sich wohl verflogen ich habe hier dingsi bumsi geguckt was habe ich geguckt weiß ich schon gar nicht mehr ähm ja doch doch es war tatsächlich wie eine lucifer und auf einmal landet irgendwas auf meinen kopf ja ich habe ich schnell meine hände dahin habe dann irgendwas gepackt und das habe ich dann erst mal weggeschmissen dann habe ich schnell licht angemacht weil ich wollte wissen was das ist und dann habe ich gesehen ein maikäfer dann habe ich ein glas genommen habe das dann raus katapultiert bin ich nicht nett meine manche hätten den vielleicht jetzt getötet ja weil der attackiert kann es auch verstehen aber es ist auch ein lebewesen leute also nicht voreilig leute töten danke 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 wir töten uns ja auch nicht ok sie ist weg zu verkaufen tatsächlich ok heißt heute kann ich hier wirklich dings machen sehr sehr schön dann gehen wir in eurem zum museum bringen die sachen weg und dann war das nur kurzen info video hier dann geht es morgen habe ich auch keine zeit wie gesagt bei mutterkommorgen ich weiß nicht wann die wieder geht auf jeden fall kommt dann der part dann später also abends wenn ich den glaube ich nachmittags oder so aufnehmen ja ja mh hallo eigen hoch ohje ich bitte ballag morgens ja 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 die preise ändern sich zwar nicht ja ja deswegen mache ich das auch nicht mit Ja, hier bitteschön. Okay, der hat sie leider schon alle. Schade, Schokolade. Äh, Fossilien. Achso, haben wir gerade gemacht. Haben wir ja gerade gemacht. Ich will etwas stiften. Da ist sie. Da ist das Ding. Lass hören. Die Krayonka ist bekannt für ihren schwarz-gelb gestreiften Körper. So wie ihre stechend grünen Augen. Und gerade diese Augen sind es, die Libellen zu meisterhaften Neger machen, müssen sie wissen. Ach, wenn mich eine von ihnen anstarrt, überlegt sie bestimmt schon, wie sie mich zubereitet. Oh, welche Entsetzen. Oh, ich komme erst mal ins Gehege. So, danke, danke. Super, dann verkaufen wir noch eben die restlichen Fossilien und Insekten, die ich im Inventar habe. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Oh, der Insektentyp ist da. Ah, das ändert die Sache mal eben. Warte, wir müssen mal eben ganz kurz. Oh, hier haben wir noch einen Fossil. Nehme ich mal mit. Nehme ich mal mit. Das ändert nochmal hier ein bisschen was. Denn dann kann ich dem Insekten geben. Äh, genau, hier rein erst. Heute bin ich tatsächlich etwas viel, viel müdiger. Müdiger. Weißt du was zu sagen? Keine Ahnung. Und die Weckschäde brauchen wir nicht. Königslibelle brauchen wir nicht. Dich eigentlich auch nicht. Dich habe ich, glaube ich, oft genug. Ja. Abgemacht. So, dann kaufen wir mal das schöne Ding. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Tschüss, ihr beiden. Oh, bringen wir mal kurz nach Hause. Mein Inventar explodiert ja förmlich. So, ich finde den Bohnen echt schön, den ich da im Mülleimer gefunden habe. Oh, da war noch ein Insekt. Und, naja. Egal. Egal, 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 egal. Oh, oh, warte. Ich muss mal hier ganz, ganz schnell. Discord. Äh, ne? Äh, Nachricht. Can I have... Can I have... Mal gucken, mal gucken, ob sie ja sagt. Wir müssen schauen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen später reagiert. Ich glaube, so zehn Sekunden später. Ich glaube, der ist jetzt eh weg. Bin gespannt, ob wir den bekommen. Ähm, so. Auf jeden Fall tun wir jetzt erstmal hier diese Dinger hier. So, da rein. Oh, ne. Ich bin hier ein Teppichbeutel nicht erlernen. Hallo. Hä? Ich gehe das da nicht runter? Wenn ich Geldbeutel dann so. Mann, 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 Mann. So, wir gucken jetzt mal eben hier. nach den Insekten. Oh, guck mal. Wir haben so viele von denen. Oh, mein Gott. So, machen wir mal drei davon. Und drei davon. Von denen auch. Drei und eins. Zwei. Drei. Oh, den Regenbogenfallter auch. So. Genau. Hallo? Kann die mir antworten? Oh, ich glaube, ich war echt zu spät. Ich glaube, ich war zu spät. Schade, schade, Schokolade. Äh, so. Insektentyp finden. Und weh, wir müssen jetzt erstmal hier noch einen Insekten fangen. Ich meine, das wäre kein Problem, aber. Oh, der sah cool aus. Da ist er. Hi. Oh, hallo, ich bin's, Carlson. Du erinnerst dich doch noch an mich, oder? Du weißt schon, der Typ, der am liebsten Tag, Tag, einen Tag aus, kriechende, krabbelnde Insekten um sich hätte. Ich suche weiterhin nach einem Insekt, das meiner Kunst nun ja ganz neue Flügel verleihen möchte. Falls du also meinen Sex findest, würdest du es mir wohl verkaufen. Ich zahle gut, solltest du wissen. Blablabla. Ich möchte ein Model. Hm, welches Insekt denn? Hier, erstmal den Großen. Aber sicher doch. Wirklich? Oh, das Geisterwesen. Okay. 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 Ach so, ich kann nur ein. Oh, dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir jetzt ein anderes Mal. Tschüss. Okay, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Ich halte fleißig Ausschau nach Bewohnern. Muss aber auch irgendwann aufhören damit. Deswegen nehme ich direkt den ersten, den ich auf meiner Liste habe, den ich gerne hätte. Ähm, weil sonst... Ich muss ja heute auch noch spülen, aufräumen, ne? Einmal fegen oder staubsaugen. Mal gucken. Ja, wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Und ciao.